Ah, ich vorn auf, dass die nicht durch Dings grillen. Oh, jabu! Hoffentlich sehen wir's auch nicht mal durch die Smog. Ich hoffe nicht, dass da mit der Smog geht. Es geht immer! Nein, ernsthaft, Digger. Geht das jetzt an? Hallo! Let's go be my friends! Go, 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 rush, rush, rush! Zeit, on-spot! Nein, wie ist das? Schau, 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 schau! Oh, der Eklige! Bleibt am Leben! To schau! Einer ist Apartment! Einer Apartment! Einer Apartment! Einer Apartment! Nicht pieten, Dennis! Apartment, komm! Das schmeckt! Ey, Dennis! Echt, ey! Hat man ja gesehen, wie der Konzert angeboten ist, ne? Go, go, go! Go, go, go! Fastball! Mann, ey! Fast echt, ey, wirklich! Ja! Haben wir eine Bombe gelegt? Haben wir nicht? Das ist nur eine Eingelde! Doch, wir haben eine Bombe gelegt! Nein, Eingelde! Wir haben die Bombe gelegt! Ein Eingelde! Ja, ein Eingelde! Ja, wie ist das? Schill, 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 ja! Nice! Ich weiß, ich weiß! Das ist Busch einer! Busch einer! Ne! Die haben uns gesehen! Die haben mich gesehen! Fass, auf was. Ich hab mich damit! Ich hab den gerettet! Pressemorknungs Meine Güte! Nein, wie das? Ja, sie haben genau das selbe, fuckingавlauf! Das ist so unfair! Das ist so unfair! Und jeder schick so schwer! Das ist voll Heck, Alter. Hey, der eine auf B, der auf B spielt, der hat auf jeden Fall eine Smoke. Der sieht da durch. Ja, ich sehe auch durch. Hier, schenke ich dir. Danke. I report you. Faggot. Ja, die brauchen gar nicht zu smoken, die sind nicht zu sehen. Ich glaube, das haben wir eine Rette. Wenn du da drin stehst. Na halt einfach kacke, weißt du? Faggot. 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 Ich will ihn zwar nicht aufnehmen, aber ich denke ich bin ein guter Schock. Go A, ich sah. Ich sah etwas Taktikall. Go A, ich sah. Okay. Wo ist das Taktikall? Ich gehe in die Flasknife. Du wirst, du siehst. Du wirst, du siehst. Ja, aber probieren wir nicht. Loll! Ja, super! Ninja war, ne, ne, Ninja! Ich denke nicht, dass wir auf dem Fall ein auf einmal bekomme ich einfach durch die Smoke zu kommen. Konnektiert. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Aber wenn du durchläufst, siehst du nichts. Deswegen, das ist das. Ja, reingehen, reingehen. Guck, guck, guck. Ich gehe. Wegen, lege, lege. Wegen, lege, lege. Unstärkt, unstärkt. Ich gehe. Läßig. Drei hits, neun dreißig, okay. Alles klar. Ja. Das sollte nicht klar sein. Zweites Mal nicht durch eine Smoke. Das ist so abfuck jedes Mal, ey. Och, nein. Nein, das ist so abfuck, Digga. Weißt du, was ich meine? Was ist das für ein Scheiß, was ist das für ein Scheiß, dass einfach andere Leute durch die Smoke scochen können? Das ist für jeden. Jeder darf. Ja, was heißt jeder darf? Das ist scheiße, wenn man es nicht kann. Ja, ja, ist doch so, Digga. Weil du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen, du bekommst einfach ständig ein Ding durch Smoke. Das ist, als hätte jeder Hex auf einen Server außer du. Das ist, als hätte jeder Hex auf einen Server außer du. Du musst halt doppelt smooth sein. Als wärst du blind. Du bist ja blind im Endeffekt. Schwerverbieg bist du auch noch mit deinem Kreuz immer, aber ja. Doppelt. Stairschmauken. Stairschmauken. Weil wenn du drin stehst, kannst du, siehst du nicht. Stairschmauken, das ist schon mal gut. Das stimmt nicht. 2HP. 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 3HP. 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 I like big penis. Nice. Schön für dich. Fahr, 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 Fahr. You see that? Ja. Alter. Es tut mir leid für dich, dass ich dir schade. CT. Stopp durch dich zum Auge. CT? Nee, das gibt's nicht. Das CT. Push das Faggot. Den Molli siehst du auch nicht, den du siehst du nicht. Den siehst du nicht. Du siehst nur so ne kleine Flamme, die hochgeht. Und gerade wirst du auch mit ARP. Nein. Das flieb mir eh nicht. Der hat sich in der ARP mit der Hand von der Smog stehen. Die Elitschmauken. Aber sie können durch Smogs sehen. Der Molotow ist ja normal. Aber vielleicht ist es nicht so. Ich habe nur noch einmal den Smog mit dem Magnum. Guck mal, die... Was soll das? Was ist dieser Mann? Ja. Wahrscheinlich schon hinter dir. Ja, guck mal hinten. Check mal wer hat. Ich habe einen Scout. 55 CT. Da kann man sehen, genau wer das hat und wer nicht. Ohne Scheiss. Ich habe das und der Gegner Keras hat das auch. Ja 100%. Und hier so Riff, Ruff und Jonathan haben sie nicht. Dennis, du droppst mir jetzt eine Awe. Achso, jetzt auf einmal bin ich gut genug dafür. Dennis, du droppst mir jetzt eine Awe, du wenigstens. Ja, lass es nämlich gleich einer raus. Okay, die Scheisse. Ja, dann geh nicht als erster durch Smog. Besonders... Bis dann. Ich habe einen Flashback. Ich habe einen Flashback. Ich habe einen Flashback. Dicka. Das ist eine Smoke-Offshore. Und der steht einfach vor der Smog.. Hinter der Smoke! Ich habe einen Flashback. Ich habe einen Flashback. Okay, das ist doch nicht ernsthaft gemeint, Dicka. Was ist denn das für eine abgepackte Ruhe in so'n Scheiß? Connector. Andere window. Andere window, andere window. He's the left side. Nice. Low. One is connector still. Andere window or CT. One on the left. One is long. Jotan? Nef. Mach dir nix draus. Ich werd eh gefixt. Er wurde nicht geflasht oder was? Ne, er hat sich geflasht soweit... Er hätte sich einfach duken, weil er wurde gekabelt von der Kante da. Ganz ehrlich Digga, ich fick dir gleich alle so'n Po, Digga. Das ist schwul. Ja. Nein, das ist mir egal. Fortschern. Ey Digga, die Smog. Ich geh da nicht durch, weil du schickst nicht. Die erschießen dich durch die Smog. Ich block dir. Die Sound of Granite. Was soll die Scheiße, Alter? Ich will minimieren, aber... Rechts weiter. Oh, boah. Rechts von hinten. Hier. You have no scone bug. Was ist no scone bug? Das ist no scone bug. B, B brauchen wir gar nicht zu gehen. B brauchen wir nicht zu gehen. B brauchen wir nicht zu gehen. Ja, ach. Er ist einfach stupid. Außer du kriegst... Ja, haben wir die ganze Zeit gesagt. Ja, hab ich die ganze Zeit gesagt? Kannst B alleine halten. Nein, ihr geht jetzt alle GTA. Go. Ey. Ich hole jetzt echt die Shotgun raus. Es reicht mir. Es reicht mir. Die können zwar vielleicht durch die Smogs gucken. Die können aber nicht durch meine wunderbaren Taktiken gucken. Ich sag's dir. Was ist das einfach? Was ist das einfach? Was ist das Mann? Da macht das Game echt keinen Spaß mehr, Digga. Alter ich hab bald einen Alen mitgegeben. Digga du machst das nicht in Bethesdaf. Nachher bekommst du noch ein VAC. Und guck mal, Isel. Du mein Esel. Witzvoll. Alter. Sieht ja keinen Smog nun. Guck mal. Ich bin mit dem. Ah und du kann nicht Smog füllen. Kitchen Orb. Be aware of the Orb. Is no sight. Wir müssen rushen. Hallo. Wir können noch niemals so viele Leute killen. Ja. Weiß schon, ey. Einige Taktik dagegen ist Russen. Aber nein, alle Zeit... Eis muss ich angehen. Ja, aber flinkt eh nicht. Brush it. Schiegt, Mann! Schiegt einfach! Schiegt einfach! Oh mein Gott! Ich hab's gesagt! Der ist hier! Jetzt wurde ich von Anna geholt. Gestappt. Kleiner Fotze! Hey, wollt ihr... Oder habt ihr... Go in! Komm mal! Der erste Mann von ihnen wurde wallhackt. Die... Noch einer. Okay. Ey, Anton, du kannst nichts machen, ey. Ja, ich kann auch nichts machen! Da war keine Smoke in City! Ja, trotzdem! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Ja, Digga, was soll ich machen, Mann? Die können in jeder Ecke lauern und sehen mich vorher! Ja, du lachst dich kaputt! Wer kann denn durch die Smoke sehen, wenn nicht? Die rennen nicht! Die rennen nicht! Meine Fotze! Jetzt geht rein! Habt ihr eigentlich durch das Tapet gegeben, weißt du erst! Ey, ihr seid so kacke! One-Shot! Pallist! Ja, der Pallist! Ja, der Pallist! Irgendwann haben wir es nicht gesagt, dass einer Pallist ist! Oder soll ich denn wissen, dass einer Pallist ist? Ja, aber du sagst, dass einer Pallist ist! Ja, aber du sagst, dass einer Pallist ist! Ja, ich kann aber nicht hell sehen! Ich würde On-Spot tun! Achso, du kannst dich durch Smoke sehen! Das heißt, du sagst doch gleich! Der Pallist gewinnt! Der hat sich alle gekillt, hätte ich seine Pallist gehabt! Ist der eine, außer natürlich ein Gelieft, der Orange! Ja, weil der keinen Bock mehr hat, weil die anderen alle... Ich bin umgetrennt! Was ist das auch für ein Scheiß, Digga? Das ist so eine abgefuckte Uhr und so ein Kacke! Was soll das? Die schmeißen verfickte Smoke, Digga, und sieht man nichts! Was ist das, Alter? B! E-Push, D-Push! Nur einer! Nein! Nicht einer! Alter! So, jetzt hol das denn jetzt! Was ist das jetzt wieder so? Hier wieder A! Es ist A, mein Freund! Nein, es ist B! Pass auf! Die haben bestimmt mal gesmoked, wo sie durchgucken können! Nein, es ist A! Frame down! Zeit! Ja! Der Fuß! Der Fuß! Der Fuß! Der ist auch noch schwul! Wir haben auch keinen Bock mehr gehabt, der eine Typ! Ja, aber ist auch verständlich, Digga! Was soll das? Throwing Smoke! Burnett out! Super, Dennis hat bestimmt gesmogt. Ich muss nicht bauen, die Smog. Die Smog ist wirklich jung. Und dann müssen wir eine Geile haben. Nein! Ja, warum? Auch wenn ich sterbe. Na ja, und ey. Und damit? Flasche in der Mitte. Lass um, ey. Ei, halt der Geile, Dude. Me too. Rampuschen! 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 Was denn die können i durch Smog instincts? Ja, wir sind frei, die können i durch Smogs gucken. Ich auch! Rampuschen! 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 Hoppla! Rampuschen! Ich habe einen Ninja. Und Jungle. Beide CT. Der gewünscht Muck ist über oben. Ich kann nicht das Gesetz machen. Ich habe einen Senior und der war links. Ist das funny. Tag fort. Linksjahrt an. Sind welche. An der Pest. In der Jungle. Ich habe nicht noch einer gerade. Ja der war Jungle. Der ist Connector zu mir gelaufen. Warum bin ich abgehört? Wenn du da oben bist. Weil ich gesmoked war. Achso. Den fäng ich noch. Nein ich bin hier. Du musst einfach mollen. Das ist glaube ich die Endtaktik. Weil mollen siehst du ja auch nicht. Und dann lauf ich halt rein. Stimmt. Weil das sehen die nicht. Ich bin ein damit. Du bist da oben. Wenn du siehst. Ich habe den Trin. Du bist da oben. Du bist da oben. Du bist da oben. Deploying Flashbang Oh ne Pistole Ich bin es warte ich smoke dich Smoke ich habe ja genau Das ist doch ne Waffe alter Rappling war hier Flashramp Deploying Flashbang Schade Ach doch hier ne Die ist ne Hase Neh mich gern du Ich glaube Palace ist einer Einer müsste mit dir sein Deploying Smoke Aber wenn ich dann da durch gucke Legt das voll Da voll bin ich FPS Warte jemand dran Der war einer CT oder Jungle Warte Hab ihn Guck mal CT On stairs Schön alter ey Gut die smoke die Kirche Damit würde Kein Problem Müsst du die AWP haben? Ja da Der ist komplett hill Der ist ab und freud Ne Ne Sneaky Beaky like Laying down smoke Digga der Bot flogst nicht Er ist flog Grenade out Jawoll wir haben Throwing smoke Smoke Grenade out Der cheatet auch den Der hat 6 AP Nimm Bot Funktioniert denn so mit dem Bot auch Grenade out Ist die Frage Wüsste Ach man alter Keiner guckt irgendwas von euch Faggits Connector Jungle Jungle Ist das scheiß alter Woher wusste der das Digga Woher wusste der das Digga Woher wusste der das Digga Der hat nicht gesehen Speicher Er hat uns gemütet Ja er hat uns gemütet Ja er hat uns gemütet Einen Ramp Den in der Mitte In der Mitte In der Mitte sind die Flaschbar Reader smoke Ich hab die noch von Der ist auch von der Mitte Connector Kann welche kommen Die kommt Die kommt Wut Wut Verbrennt IMP Und Unshorteckel, die haben so eine Deploying flashbang Bomb has been planted Okay, unserved Ich verabschiede Ich verabschiede Throwing smoke With Throwing grenade Hauptsache, die Fotz stirbt jedes Mal Jetzt hol die runter, ich will die doch mal killen mit der Mech Die Mech doch Fuck mal leid, ich will nur die AK Uff Das war jetzt Dennis, du drohst mir die AWE Dennis, du drohst mir die AWE Ich hab irgendwo hinten links in Apartment, da hab ich was gehört Ah, Flash Underpaste Fucker, Underpaste Der ist Mitbohren Mitbohren Der ist einfach in den Jungle gegangen, damit die sich nicht hochboosten Ja genau Hammer geforscht Der kann nur noch hacken, und der stirbt durch mich, was ein Opfer Nice cock, ist der Bomb auf A? Mitte ist out, tot Müsste tot sein Was ein Opfer Grenade out Halt es Ja, wir haben uns mal als Flash ihn mal nicht Ey Ich pushe erst gar nicht durch die Korps Vielleicht kann ich nicht gucken Ich kann so schlafen Schön Ich pushe jetzt Was ist die mit dem abgefakten Huren und Scheizer Dass ich allein noch mehr Die Dinger, obwohl ich nicht hacke alter Du cheatest auch alter, übertreibt man nicht Nein, mach ich nicht Ich bin einfach nur gut Underpaste So war's Pushing connector Pushing connector Throwing a grenade Flashbine Middle Throwing fire Throwing smoke Chair one Attacked Na B One B Throwing flashbine Hex Throwing fire Ftutzer Ftutzer Ich fick euch auch ohne Hacks Alter Bommo Hände Na sag mal Fp19 Das ist deine Geheimwaffe Ich spiel die ganze Zeit AWP Dafür fick ich die ganze Zeit Weil auf long distance ne Na nicht nur long distance, aber weil das sind meine Spots Dinger wo ich fast im Stapel bin Oh, da hat wohl einer einen Swag geboren. Wer ist hier? Deploying Flashbite. Flashbite. Nein, im Detlef. Nein, im Detlef. Nein, im Ernst einfach. Er ist. Er ist hier drin. Wer? Er ist hier drin. Es ist uns oder sie. Decoys ist weg. Für sie zuerst. Smoke. Wer ist das? Verlekt das? Wie gründest du scheiße, dass sie bitte kicken? Ey, ich hasse das echt wie die Pest, Digga. Aber ich verstehe nicht, was das soll, Mann. Letzte Runde, Kirill. Soll ich einfach nur so gut, Digga? Ficken mal. Einfach jetzt, du. Du musst rein, Kirill. Letzte Runde. Ja, ist mir egal. Ich will die killen einfach nur. Na, fang. Flowing Flashbite. Oh. thats mal... Sollte Runde. Gentlemen. Their cke. Amherst. Bis zum nächsten Mal.